Herzlich Willkommen zu einer neuen Forrestus Folge. Hallo Möchen. Pupöchen. Ich hab mir vorgenommen nicht mehr Forrestus zu sagen. Ach ja stimmt, da brauchen wir was. Tja hast du gut geschafft. Wir haben ja lange gehalten. Ja. Auf, auf. Hey, halt da liegt da. Wie ist liegt der nun? Ach ja, hier waren sie ja am Anfang oder? Das ist immer so weit nach oben gelaufen. Anscheinend schon. Ach komm, das mache ich schon schnell. Stoff! 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 Hier ist ganz viel Stoff. Oh geil. Lass mir was übrig. Dem geht's nicht mehr so gut. Hast du eigentlich noch Fleisch dabei oder irgendwas? Weil ich hab nur noch zwei Snacks und das Essen gebringt. Ja, ich hätte... rasant runter, was ist wichtig. Ich hab gehofft, ich find vielleicht noch so'n kleinen Vogel, aber... der will ja nicht auf den Boden hauen, der Typ. Hab ich jetzt auch die Bullis-Teile? Nee. Gott sei Dank. Nö, Gott sei Dank. Wieso kommt da das Blut raus? Wappala... Na? Jetzt bin ich ganz ehrlich auf'n Desktop gesprungen. So. Ich bin zerstörer oder Welten. Stirb. Tropfstein. Stirb. Wo war jetzt der Stoff? Wo war der geile Stoff? Ach so! In deinem Schränkchen. Oh. Unter dein Bettchen. Ich kann die Uhr nicht nehmen. Nein. Ich weiß, wie kann ich die Uhr nicht nehmen. Ich kann unsere andere nehmen. Oh, okay. Da geht's schon mal nach unten. So. 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 Ich hab' kein Klebeband. Nein. Also Popen kann ich auch nicht mehr bauen. Boah. Genau. Also hier geht's runter und hier geht's weiter. What do we do? So. Ich würde erstmal einfach nur die Höhle hier ablaufen. Jo. Vielleicht ist hier hinten schon ein Ende. Eventuell. Oje. Hier geht's nicht weiter. Jetzt hier runter. Okay. Warum hast du einen Bademantel an? Ja. Jetzt hab' ich eh'n Bademantel an. Hopla. Ja. Jetzt kommt man mich nicht sehr... ...professionell über so. Doch. Aber jetzt sieht man deine Rüstung nicht. Du hast über der Rüstung an. War da nicht das Katana? Ja. 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 Geil, 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 geil. Geil, 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 geil. Geil, 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 geil. Haben wir echtes... Und Essen. Nice. Moment, für den Schaden. Ich bin grad zu ziehen. Dann nochmal Essen für dich. Ja. Mann, 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 Mann. Hammer, geil, ne? I'm rich, bitch. Ich hab' so viele Uhren verkackt. Das trau' ich eigentlich, dass ich die nicht mit einpacken kann. Hier ist ein Motor-Sägen-Öl. Aha. Okay. Kann ich nicht fragen. Ich auch nicht. Komm ich da hoch? Ah, ja. Hier ist ein Brandlicht. Oh, hier geht's bei weiter. Aber was ich grade gesehen hab, das Katana macht glaub ich gar nicht mal so viel Charme. Haben sie'n genervt, oder? Oder meinst du? Also das Katana macht schonmal viel weniger Schaden wie mein Schädel. Ist im Blocken auch... Ja, blockt gar nicht. Geschwindigkeit ist halt so. Und die Geschwindigkeit ist halt so cool. Blocken gar nicht, Alter. Hä, wieso? Wieso blockt das nicht? Ja, ich lauf' trotzdem mal ein bisschen mit dem Katana rum. Ja, genau, jetzt find' ich das scheiß ganz so. Hast du das gegessen? Hast du das Essen gegessen? Ja. Gut. Gut, hier haben wir Holz und hier geht's auch wieder weiter. Ah, nee. Habe ich hier... Hä? Ah, das ist eigentlich das hier auch keiner. Achso, das ist das selbe. Alles gut. Oh, kann es sein, dass es die Höhle ist, wo man in der ersten Staffel verpackt waren und dann irgendwie in der Welt... flogen sind? Nee, das war nicht die Katana-Höhle, glaub' ich. Hier ist... Na gut, da war nix. Gott sei Dank. Achso, ja. Dann der Seil runter, oder? Das ist der Seil runter, ja. Weil Feuerzeug kriegt gar kein Licht. Ja, dann Seil. Was lustig ist, die Fackel-Printen gar nicht zu füllen. Aber ich glaub' das Katana ist trotzdem ganz cool. Weil's doch sehr schnell ist. Ich versteh' nur nicht warum die Blocken vielleicht nicht... Vielleicht kann man das ja mit Seil oder sowas. Ich weiß nicht. Nee, ich würde ja das blocken. Ich weiß nicht. So Gott, die XZ-Block hier... äh blocken. Viel besser. Versteh' ich nicht. Die Rostik-Axt am besten? Ja, das versteh' ich so zu sagen, aber... Ja. Dann... Kino unter mit uns. Geht nicht weit runter, oder? Ich hab' ja schon den Boden gesehen. Hallo, Stoff. Stoff, Stoff, Stoff. Stoff ist immer gut. Oh, Spielzeug neues. Echt? Und zwei Püttchen. Oh, den Oberkörper. Der ist wirklich neu. Das Bild sieht der Hammer aus. Das sieht echt geil aus. Wow. Ich hab' mir grad' nicht angezeigt. Oh, da ist ein Seil nach oben. Und das war's auch schon, ja. Das war die Höhle. Ah, dass wir vielleicht mal hier rein, oder? Vielleicht ist es das Seil ja dann, wo... Das andere Seil, wo wir gesehen haben noch. Oh, nice. Aber wir haben in der Höhle jetzt hier eine Abzweigung verpasst, sozusagen. Ganz am Anfang. Jetzt haben wir mal mal gucken, ob das vielleicht ein Ausgang ist, weil dann könnte man die markieren. Ja. Schau mal, wo wir da hochkommen. Wow, Alter, geht ja auch so schnell runter. Holy Shit. Naja, das ist ein Ausgang. Ja, ja. So. Ist schon da... Licht oben. Dann markieren wir das schnell. Na cool, jetzt haben wir im nächsten Mal das Katana. Das Skelettzeug, das wär noch geil. Und die Motorsäge. Ach, einfach alles. Motorsäge wär mir irgendwie am liebsten. Weil das hatten wir doch gar nicht, weißt du. Naja, das stimmt. Vor allem für unsere ganzen Bauprojekte bräuchten wir so eine Motorsäge. Ja, das wär nicht schlecht. Hält mal die, dann könnten wir mal wirklich richtig ordentlich bauen. Ich weiß aber gar nicht. Ich hoffe mal, dass die wirklich so viel besser ist. Toll. Oh, lol. Und da läuft schon Erinnerung. Ach, hier. War da nicht irgendwo... Ohohohohohohhoho. Ah, da da war doch irgendwo ein... ...Hockpit oder sowas. schau mal wie gut das katana ist irgendwie sterben sie doch nicht schneller hallo ich habe damit den katana drauf ja ich habe jetzt meine komplette rüstung wieder verloren und ich hatte bis zur hälfte habe noch keinen einzigen kill gemacht nähe ich auch mal was das katana ist richtig enttäuscht irgendwie ich nehme jetzt mal eine andere wache weil ich muss immer was gehen am ende sterbe ich hier wieder wie letztes mal so einer ist nur totes eine toll ja aber da muss ich das jetzt mal schlagen genau und schlägt ja auch schon alle komplett ja das ist immer her kann ich kann nur noch verteidigen weil das ist so viele äh du scheiß katana ich habe immer wenn ich angreifen will kommt der andere herrisch richtig schlecht nicht man kann echt nichts machen bei mir sind auch treu flieger nein ich bin glaube ich nicht sterben weil ich sterbe auch gleich ich habe jetzt einmal versucht zu schlagen und sofort tot fast ne ja ich habe jetzt während dem kampf schon meine mutantenrüstung genommen alter bei mir sind vier ne ich bin gar nicht mehr mit zwei klar weil die sich richtig abwechseln also er ist der eine dann eine andere er ist der eine dann eine andere vor mir noch zwei so große typisch die so viel aushalten kann man irgendwie zu dir runter aber ich habe auch keine medizin mir gar nichts mehr eine alter medizin war auch so hast du schon komplett aufgebrochen die halten gerade so viel aus die sterben nicht also ich habe auch wie ein verrückter ich habe jetzt wirklich noch einen millimeter leben also ich bin gleich tot ich überlege gerade echt ob ich in die hülle zurückgehe direkt das könnte man echt machen also ich bin drin meine schnell nummer zurück rennen zum katana weil das ist ja eigentlich hauptsächlich medik gewesen die sind nicht verrückt ne gar nicht keine chance alles gespawnt ja also ja gut da können wir da jetzt zurückgehen schnell vielleicht wegen medizin und so weil ich habe nichts mehr wo waren dass er weit weg jetzt haben wir es nicht markiert ja das ist alles was auch müssen wir uns irgendwie merken keine ahnung das merken wir uns nie das was mit einem freien das wenn wir jetzt bisschen dran bleiben mit dem spiel wahrscheinlich schon aber wenn man dann glück sagt wieder in vier wochen dann haben wir das wahrscheinlich vergessen dass da was war wir könnten ja unten einfach mal eins hinsetzen damit wir gleich wissen dass wir da schon mal wieder reingehen na gut bei der anderen waren wir uns auch nicht sicher dann wir uns wieder alles dort essen ja na gut dann wieder weitergehen weitergehen alter das war jetzt echt übel Leute die sind nicht also ich habe da im katana 250 millionen mal drauf gehauen ja und vorhin gerade eben ich habe nicht schlagen können sobald ich einmal nur das blocken weg gemacht habe hatte ich sofort hits du warst sofort roter bildschirm jetzt war das problem der eine hat angegriffen drei mal und als die aufgehört hat ist der andere auf mich gesprungen und hat dann geschlagen also die haben sich richtig abgewechselt die beiden das sind eigentlich ja gut man jetzt habe ich meine komplette Rüstung weg oder ich will eine Mutantenrüstung na gut dann ich glaube ja nach oben und dann laufen wir einfach mal als komplett noch mal zurück oder abzweigungen wo waren das teil jetzt ich finde es nicht mehr das andere sei kannst du deine markierung machen ich habe es irgendwie das war alles war schon hier ja genau das runter macht da schnell markierung noch mal ganz kurz noch umgehen schützen ist abkommende fliecher das ist jetzt noch mal ich hab Karten können mich nicht immer wieder zu stoffen so die Stimme ich bin gespannt die 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 jetzt ist Nacht oder was jetzt sagt das ging ihr flotte ich bin weg aber wir haben hier dann setze ich gleich so ein ding dann macht was weiß betriebsmittel ist der mist und wieder hier mit uns aber die taktik ist gar nicht immer so blöd mit den flaggen so weiß machen dann wissen wir es einfach immer naja wenn feuer ist aus ich habe angst ich fand mich ja so und jetzt eigentlich nur noch die seine abzweigung jetzt doch zum zufall hätte ich jetzt gar nicht erwartet aber mehr stoff das weiß ich wunderbar so sei wieder dann auch der stoff also wenn echt mal stoffproblem hat die rücken die hülle schon mal ganz gut ja ich glaube die andere war besser das stelle die wir rot markiert haben und am besten ist natürlich das dorf das war ja perfekt dafür das stück dort alles cockpit habe ich jetzt gar nicht gesehen ich habe gar nicht darauf geachtet ich habe kurz mal runter geschaut aber da wird sie schon nichts gefunden vielleicht war es auf der hinterm berg oder so ich weiß es ja auch gar nicht das wir jetzt haben wir eine mutanten neues und wir fragen nicht bitte dann was ist ja genau hier sind wir durch die kompost das was war das dann heißt Ja genau, da war's, da war's, da war's, da war's, links runter. Ah genau. Da leuchtet was. In der Kerze. Nur Soda, oder? Gar nix, da ist, da ist leer. Betrug. Hey, das ist ne Bibel. Ich hau mal drauf. Äh. Äh. Schlag auf die Bibel. Höhle kann ich mich gar nicht so richtig... Nein. Oh Mann. Oh Stoff. Schwimmende Koffer. Die müssen aber leicht sein, die Koffer. Leichtgewichte. Watt. Ähm. Lichte. Danke. Dann geht's hier schon wieder runter? Da geht's auch runter. Ja, hier ist so ne Wand. Dann gehen wir erstmal da runter, oder? So was da. Wenn man das auch gesperrt ist, da kann man das vielleicht was zu merken. Ja. Ganz schön, wer winktet hier die Höhlen. Naja. Einerseits finde ich sehr ganz geil, aber andererseits habe ich immer Angst, dass irgendwas was passt. Ja, ich auch. KZ 5 gesammelt. Was? Wo? Da beim Kopf irgendwie. Da beim Kopf hier. Irgendwas aufgesammelt. Kann doch nix einsammeln. Hä? Achja. Sondern da bei DE oder was? Da war irgendwas gestanden, ne? Ah, Hinweis wieder? Ja, ich kann nix sammeln. Sinkhole noch in dein Bild. Dynamit. Aha, hier geht's in eine andere Hülle. Oder raus, je nachdem. Ich hab keine Ahnung. Wollen wir da jetzt durchgehen oder erst? Obwohl, da geht's, glaube ich, einfach weiter. Ich seh da irgendwie eine Kiste, glaube ich. Mal schauen. Äh, ne, wir sind draußen. Ja, das ist gut. Oh, ich glaube, wir sind jetzt im Sinkhole, oder? Ja, wir sind im Sinkhole. Ehrlich? Ja. Ach, das war dieses... Oh, wald, da ist es kalt. Woher geht's noch tief rum? Ja, ich glaube, das brauchen wir nicht markieren. Ja, ne. Oh, was? Wieso können wir schaden? Wahrscheinlich, weil du befrierst, oder? Oder? Ja, zack. Hälfte vom Leben weg. Ernsthaft? Erstmal wieder rein. Ja, gut. Dann... Äh... Können wir uns aber den Weg mal ein bisschen merken, vielleicht. nicht. Aber da ging's jetzt, glaube ich, auch nicht mal mit dem Kletterzeug weiter, oder? Das war einfach so... Ich weiß nicht mehr, wie das war. Ich weiß nicht mehr, wie das war. So ein Vorsprung einfach. Weil ich glaube, es gab ja noch so eine andere Höhle, wenn man dann kam, dann konnten wir eigentlich gleich weiter klettern, oder? Ich weiß nicht mehr, wie das war. Ich weiß nicht mehr, wie das war. Keine Ahnung. Vielleicht kommt man jetzt bei... Ah, ja, vielleicht kommen wir jetzt, wenn ich hier weitergehe runter zum Kinker. Super cool. Hm. Schau mal. Ey, Mutant. Oh, oh, oh! Wo ist der? Alter, ich hab's voll gerissen, also. Woa! Oh! Oh, la! Er leuchtet sie mir mal. So, dann... Feuerpfeil. Oh, oh! Oh, oh! ich weiß noch was da hinter ist da ist noch ein oh ja immer ans essen bin ich immer noch ja gut ich weiß kann mir vorstellen dass nicht gerade so warm müssen die sonne ich nehme die pfeile wieder dann aber ich sehe hier gerade gar nix warte ich brauche auf den mal nochmal ganz kurz Feuerpfeile ohne witzig frieger so hart vor ich glaube ich muss schon ist voll der zittert so da kann ich auch echt nicht ich mach mir extra auf die seite damit über rein rein ausgesehen vielleicht freuen wir auch nur weil wir nass sind oder so dann ja zum glück ist das oh ah perfekt dann lassen wir noch ein bisschen garen die anderen leben aber noch denkt dran sich den glücker nachkommt doch gut habe ich es ja langsam wäre gut ich hätte noch ein snack ja bald habe ich nichts zu essen essen ist jetzt knapp mangelware ich glaube mein da oben ist noch eine ecke vom ja da ist noch einer naja darfst du machen ich sehe nicht doch doch da wer sieht dich das ist traurig hm wie wollen wir es machen wollen denn ach jetzt hast du genau geschlagen als ich geschossen habe und dann hat alles hinrunden möglich ach weg nein neben dem jetzt äh wollen wir dann hier beim Feuer ähm gleich wieder voll gewenden dann ja ja und dann einfach weiter gehen ja keine ahnung was da jetzt noch kommen wird ja ich habe auch keinen lassen sonst vielleicht verhungern wir auch weil ich nicht rechtzeitig rauskomme weil ich echt hast du überhaupt keine snacks mehr oder was nur noch eins aber ich habe gerade einen gegessen das ist so ein keine ahnung ich habe nicht viel äh essen sondern wirklich über die hälfte ist weg also ich habe noch vier snacks ja gut aber dann kommen wir raus dann könntest du zur noten wie eins mal rüber ach meine fresse ich habe ja vor einen hasen gefangen und er ist jetzt verdorben oh mein gott obwohl ne da ist noch ein bisschen ach aber die bären haben wir ja auch noch ne ich habe ja auch einen bärenbeutel ach du ne da brauche ich mir keine genau machen schließe jetzt habe ich den einen knochen in der hand ja na 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 so genau und wasserbeutel haben wir ja auch noch ich glaube du hast mir einen knochen weggenommen könnte sein du hast gerade einen knochen eingesammelt nö weil es kommen doch immer sechs knochen dabei raus oder ich habe genau sechs knochen im momentan ich habe fünf dann ist einer irgendwie weggebuggelt so ja ja voll gewöhnt ne ah ja stimmt war ja was gut ähm dank fürs zuschauen und habt euch wohl bis zur nächsten folge ciao tschüss tschüss